Nee, 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 man kann ja dann wieder ein bisschen hochgehen. Also, dass wir hier so eine kleine Art Vorhof machen, meinst du? Also, warte, siehst du, wo ich jetzt stehe? Ja, und ab hier wegmachen, ne? Das hier wird die Grundhöhe. Das, wo du bist? Okay. Gut, dann machen wir da jetzt... Ich lag hier einfach alles weg. Okay. Oh, einer der Server-Admins ist online. Ja, hab ich auch grad gesehen. Und dann lass uns... Soll ich den mal... Das ist ja Server-Vorstellung. Soll ich den mal versuchen hinzuzufügen? Nee, wir bauen ja jetzt gerade erst. Ja, okay. Lass uns das mal so machen, dass wir die Höhe, wo du gesagt hast, ist, dass wir da jetzt erstmal auf dem Grund Neta-Ziegel machen. Ziegel? Ja, weil das ja der Boden ist. Oder wollen wir da auf dem Grund nur normale Ziegelsteine machen. Diese Stein-Ziegel. Okay, der Admin ist on hier. Schreibst du eben, dass wir aufnehmen? Ja, wir nehmen... Ups, ich bin ja schon mal dabei, die ersten Sachnehmer wegzumachen. Ja, mach. Aber im Call willst du den nicht haben. Ja, müssen wir mal gucken, okay. Oh, das ist ein Creeperman. Creeperman, Creeperman. Wacht auf. Also, und ich damit meine... Nein, scheiße, scheiße, ich wurde gerade angerufen. Ja, ich auch. Als ein Creeper direkt neben mir war. Soll ich den mal hinzufügen zum Call? Ja, oder nein, ich weiß nicht, warte mal erstmal. Ich mach mal. Okay. Du bist nicht mein... Ich kann machen, was ich will. Teilnehmer hinzufügen. Ähm... Was ist das? Scheiße. So, jetzt sind wir nicht... Michael, auf, bei mir pausiert. Hallo. Hallo. Guck mal hier, da haben wir jetzt einmal... Das hier ist unser T-Fuck-Mix. Ähm... Ja, okay, also, ähm... Wie soll ich... Wie soll ich jetzt nennen in der Aufnahme? Wie soll ich jetzt nennen in der Aufnahme? Im Moment gerade auf. Ich bin, ich bin, ich bin Titus. Ich bin der Jan, wie immer. Ich bin T-Face. Okay, ich also, ich bin Titus aka also known as Leo. Ja, ich bin der Jan. Also, das ist ja was geiles dahinter, aber egal. Ähm... TP mal zu uns, wenn du willst. Also, wir haben jetzt so eine kleine Fort... Server... Wir haben den Server ein bisschen gezeigt und sind dann in den Nether gegangen und jetzt bauen wir auf einem Berg hinter der Holzburg einen Nether-Tempel. Ja, äh, ich mach mit. Ja, okay. Ähm... Survival oder Game Mode? Wir spielen im Survival. Und zwar auch komplett, bitte. Das ist, das ist der Anspruch. Ja, äh, wir haben auch eine Kiste voll Sachen. Äh, die da kannst du gerne nutzen. Also, ich mein, ist die über... Ist die überlassen? Nee, 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 wenn ihr Survival spielt, dann spiele ich ganz sicher auch Survival. Okay, da ist ein bisschen drin. Nehm den bis noch aus. Ich baue mir kurz eine Kiste. Ja. So, warte, welche hatten wir noch gesagt, Leo? Welche? Äh, was weiß ich. Hier, ne? Ähm, ungefähr, ja, ja, so, hier ist gut. Gut. Also, damit wir genug Fläche haben. Okay. Ähm. Gute Sache. Ach komm, du bist eh schneller als ich. Alter, da geht's runter. Ja, ja, klar. Alter. Schön hoch, ne? Alter. Alter, ey. Wenn ich da, dass wir das Ganze mal so über, so weit reichen lassen, also, dass wir es in so eine quadratische Form haben, oder? Was hältst du davon? Quadratisch? Äh, ja. Quadratisch praktisch gut. Gelb. Nee, rot in dem Fall. Also, auf meinem, ich spiel jetzt grad, jetzt lag's bei mir ja gar nicht mehr. Ist das schön? Bei mir der Kino-Meter. Äh, ich spiel's grad mit 64x64 LB Photorealism. Oh. Das, 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 das ist einer meiner Lieblings-Texture-Packs. Und auch die am meisten verbraucht. Okay, ich bin jetzt Survival. Ja, ich, ich mach ja nur 64x64, also, äh, ich könnte jetzt mal, ich mach mal jetzt so aus Spaß, Svex, äh, Pure BD-Craft 128. Wups, Alter, ich hack hier. Das ist Comic-Craft, das ist auch los. Also, ich, ich hab, warte, ich hab irgendwie voll viele Texture-Packs installiert. Ich hab zwei Minecraft, zwei Svex, Photorealism, ein Super-Mario-Pack, das ich... Oh, das ist scheiße. Äh, das war extra für so eine Super-Mario-Map erstellt. die ich angefangen hab, aufzunehmen, aber die war dann irgendwie so langweilig. Oh. Ich damit wieder... Das ist natürlich nicht gut. Ähm, der Boden, ja, okay. Ähm, nehmt ihr auch die Stimmen auf, oder wie jetzt? Ja, ja, klar, wir sind grad dabei, jetzt aufzunehmen. Also, ich, weil ich nehm mir Bild auf. Und Ton. Und Ton, genau. Du hast aber auch in Frips eingestellt, dass du Ton aufnimmst, oder? Ja, klar. Ja, aber ich... Ähm, das war jetzt ein bisschen witzig, wie ich es gemacht hab. Moment. Ich, ähm, baue hier mal den Ereffern ein kleines bisschen aus mit Clean Stone. Dann, äh, Clean Stone ist übrigens auch ein Wort, das Kronk erfunden hat. Stimmt. Was haben wir noch alles auf unserer Liste, so zum Themen? EM. EM, genau, ja. Morgen fängt die an, ne? Äh, ja, Deutschland gegen... Äh, nein, Samstag. Ja, wir spielen erst mal Samstag. Aber ich glaube, das erste Mal, äh, also richtig anfangen tut die aber schon morgen. Kann das? Äh, ich weiß es gar nicht. Offiziell fängt die eigentlich schon seit einem halben Jahr an. Also Vorbereitung. Ja, Vorbereitung, aber anfangen meinen wir jetzt. Ich schätze mal, das fängt so Freitag an. Also morgen. Ich weiß es nicht. Ah, du, du hast sie schon, ah, okay, ja. Ja, ist nur ein bisschen blöd, weil es jetzt nicht ganz mit der Treppe abschließt, aber das ist jetzt erst mal egal. Ja, das, äh... Dann würde ich sagen, dass wir den Grund hier erstmal aufs Clean Stone machen, darunter. Und dann, sehr schön. Dieses Wort ist schön, Clean Stone. Ich würde sagen, dass wir das Ganze noch so ein bisschen erweitern, oder? Ich finde, das sieht noch ein bisschen klein aus. Ähm, ich hätte eine gute Idee. Ja. Ja. Die Ecken hier, und hier kommen dann halt so Zäune hin. Sieht ja auch gut aus, oder? Ja, aber ich bin erstmal daran, dass das erstmal so ein bisschen, alles mal ein bisschen nochmal vergrößern, weil... Also, ich wollte auf jeden Fall Säulen machen, aber aus Blöcken und nicht aus Zäunen. Okay. Das ist erstmal die gleiche größer, dass wir die Treppe in der Mitte haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir hier, eins, zwei, drei. Robin Luna drowned. Fünf. Hat Robin Luna Skype? Nee, lass mal nicht so viele... Ja, aber den tue ich nicht hinzu. Lass mal nicht so viele machen, weil das... Ja, drei, drei reich, das ist schon... Für Let's Play ist das schon ein bisschen, äh... Das ist kein Let's Play, das ist ein Let's Build slash Servervorstellung. Ja, das ist aber auch ein Let's Play. Das zählt dazu. Theoretisch, ja. Ja, aber es... Ups, da hab ich noch einen Fehler übergegangen, Entschuldigung. Ich kann euch die eben holen. Äh, ja, ist ja egal, wer ist jetzt holt. Ähm, okay, äh... Ist das jetzt quadratisch? Nein, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann lass uns nochmal irgendwie in beide Seiten nochmal irgendwie... Ne, mit elf, warum machen wir elf? Moment mal eben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, fünf, das ist schon richtig. Brauchen wir Essen? Ja, ich hab grad noch ein bisschen was an... Ich hab noch ein paar goldene Äpfel. Zwölf, warum zähl ich elf, wenn es eigentlich zwölf sind? Ähm... Drei, vier... Netter Grund oder realistischer Grund? Seben, acht, neun, zehn. Das heißt, wir müssen noch zwei nach hinten. Ähm, keine Ahnung. Weil wegen ist so. Ist immer, äh, wenn dir, äh, ist meine Mathelehrerin immer, wenn wir Fragen haben, die sie nicht beantworten kann. Wegen ist so. Super. Ach ja, ich könnte jetzt ihren Namen nennen, aber... Könntest du bitte aufhören zu sterben, weil wir gerade aufnehmen? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist ein bisschen dreist, aber... Ja, das kommt, glaub ich, nicht so gut, wenn so ein Vollidiot die ganze Zeit stirbt. Definitiv kommt das nicht gut. Jo. Sehr nett. Du bist... Du bist einfach... Naja. Also wie man sieht, es sind auf dem Server auch ein, zwei Leute, die halt Spaß am Leben haben und sich die ganze Zeit in den Tod stürzen. Und die jetzt gerade jetzt einen Bann kriegen. Ach komm. Naja, soll halt zeigen, dass wir halt gerade nicht mal ein bisschen, äh... Du musst ihn nicht bannen. Ich mag seinen Namen. Robin Luna. Da denk ich immer an Harry Potter. Ja, weil... Weil da denk ich immer an so einen männlichen Luna. Oh Gott. So... Oder so eine... So eine Kreuzung aus Neville. Ich geh auf MC-Band und geb dir jetzt drei Strikes, ey. Okay. Ähm, also ist das jetzt die Grundfläche, die wir nehmen, Jan? Ja, würd ich sagen, ne? Das sieht doch ganz nett aus. Okay, dann mach ich mal... Hast du eventuell Cleanstone? Ja. Kannst du mir ein bisschen was geben, dann kann ich dir schon mal unten den Boden alles mal so machen. Warte, ich hab auch ein bisschen. Jo. Hier, 51, 60. Ich bin unter dir. Hier liegt ganz viel. Ja. Hast du das jetzt gecheatert? Das? Nein, ich hab vergessen. Ich mag deinen neuen Skin. Ja, Panda. Panda. Okay, dann bin ich aber... Ich mach dann hier mal schon mal den Untergrund fertig, ne? Macht ihr oben weiter? Ich bin ja jetzt mal unten zu tun. Ich hab gestern nämlich gefarmt. Ich mach das nämlich manchmal, wenn mir langweilig ist, dann spiel ich ein bisschen Survival. Okay. Auch als Admin. Und ja, da hab ich die halt noch im Inventar gehabt. Deswegen hab ich auch noch das Holzsteinschwert und die Eisenspitze. Okay, wir müssen eins weiter ausbauen, weil dann... Sonst ist das nicht simil... Ähm... Hä? Ich hab doch richtig gezählt, oder? Hab ich falsch gezählt? Nee, die Säulen sollen immer an den Ecken sein. Ich baue noch einen. Äh, wo einen aus? Außerdem, ich find's irgendwie... Achso, da geht's ja. Dann kann ich ja weiterbauen. Das ist ja hier okay. Okay. Äh, komm. Oh, es wird wieder Nacht. Oho. Soll ich ein paar Fackeln anbringen? Das ist vielleicht eine gute Maßnahme. Ich hab noch acht. Oh, das ist so schön. Äh, äh, ich spiel grad mit 128 der Texterpack. Ja. 128er und ich lege nicht. Ich lege trotz, äh, Default. Aber das ist leider bei Minecraft immer so. Und meine Zuschauer haben sich schon dran gewöhnt, also ist das nicht so schön. Äh, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Oh, das ist falsch. Wir müssen noch eins zur Seite ausbauen. Zur Seite? Eins, zwei, drei, fünf. Dann ist das aber nicht. Nee, nee, lass das mal so, wie es ist. Das war schon ganz gut eigentlich. Zwei, drei, vier. Sonst mach deine Mitte beim Eingang nochmal irgendwie was anderes, dass das irgendwie passt. Ich, ich weiß nicht, aber irgendwie... Hä? Ach nee, das muss ja... Hm. Wir können das so machen, dass die Treppe aus drei besteht, dann... Ja. Ja, ist mir egal. Könnten wir hier auch noch einen länger machen. Ja. Mach du die Treppe und ich mach länger. Ja, ist hier ein Crash? Ja, hier. Hier länger? Das ist ein bisschen scheiße jetzt, weil ich hab jetzt schon die ganze Welt auf Dings gemacht. Aber egal. Ah, ich hab ne lustige Idee. Dann müsst ihr es aber so lassen. Okay. Äh, dann ist das richtig so. Dann muss ich jetzt aber hier was machen. Okay. Drei, vier, fünf. Ich mach die Säulen immer fünf hoch, okay? Oh. Oh. Was haltet ihr von der Idee, dass wir... Das ist zwar ein bisschen was Größeres und es könnte auch, äh... Zumindest wird das Gebäude da unten etwas scheiße dann wirken. Nämlich, äh, von der Seite unten, das hab ich nämlich bei meiner, ähm... Creative-Welt schon mal gemacht. An den Rändern überall Lava runterfließen lassen. Das sieht nämlich echt episch aus. Also ich wollte auf jeden Fall, ähm... Prost. Im... Dankeschön. Äh... Äh, hier drin so ein kleines Becken machen mit Lava. Ja, das klingt gut. Und ein, ja, und ein paar, ähm, Nether-Steine hinstellen, die wir dann mit, ähm... Äh, äh, die wir dann anzünden manchmal. Ja, die finde ich gut. Das ist eine super Sache. Das passt. Und dann so ein geiles Dach. Aber die würde erst natürlich auch noch ein bisschen hoch werden, finde ich. Weil sonst sieht das ja ein bisschen lame aus. Also, Jan, äh, wo bist du? Ich bin unten drunter. Okay, komm mal hoch. Äh, darf ich mal eben... Ich mach mal eben noch, äh, das... Das Ding ist ja noch fertig. Äh, komm hoch, aber jetzt... Meine ich irgendwann. Okay. Wer hat denn hier mit Redstone rumgespielt? Ich nicht. Das frage ich mich auch. Alter, das sieht ja lustig aus. Nether-Stein im Svex-Pack, das ist so... Das ist so... Kann man irgendwie nicht erklären. Das sieht einfach lustig aus. Na dann. Das überlegt mir gerade, wie ich das hier mache. Ähm... Vielleicht... Das sieht doch scheiße aus. Aber das ist jetzt irgendwie voll entspannt. Ich lehne mich hier zurück in meinem Stuhl. Ja. Ja, das ist schön. Minecraft kann so entspannt sein. Oh ja. Äh, ich bräuchte mal, äh, ein Feuerzeug. Willst du jetzt das Feuer anmachen? Lass doch erst mal aus, dann... Ich will erst mal sehen, wie das aussieht. Ach so. Äh, wo ist der Eisen, den ich gerade gegeben habe? Hast du Flint? Ich hätte das... Nein. Oh, fuck. Was? Hast du Flint? Jan? Ich? Ja. Leider gerade nicht. Aber den Eisen, den ich ihr gegeben habe? Den habe ich noch. Das Ding habe ich noch, ja. Ja, kannst du mir den Eisen geben und dann, äh... Ja, kann ich hier im Moment tun. Ich bin nur gerade dabei, das Ding noch hier gerade... Ich bin fast fertig jetzt mit der Seite. Oder soll ich eben nach Hause gehen? Kannst du auch eben tun. Obwohl, und dann, wie komme ich denn hier wieder hinten? Das ist eine gute Frage. Lauf. Also dauert dann ein bisschen. Leute, ich habe hier gerade was entdeckt. Was denn? Unter unserem Teil ist eine Höhle. Ah, okay. Hier unten, wo ich gerade stehe. Da könnten wir auch noch was Schönes drin bauen. Also es ist nicht keine richtige Höhle, es ist nur so ein Durchgang. Interessant. Oh, guck mal, ich sehe gerade wie ein Schaf und eine Spinne zusammen chillen. Ja, ich auch. So, ich komme jetzt auch mal wieder hier. Einen Moment. Oh, geil. Ey, ich... Das ist noch nicht so oft vorgekommen, dass ich mit 128... ...20er Pack ganz leckfrei gespielt habe. Ja, ist doch schön. Ja, ich freue mich voll. Normalerweise spiele ich mit 64er Pack. Okay. Oh, ja. Äh, Chief Arkel? Ach, guck mal, hier seid ihr alle. Walsch? Hallo. Panda? Könntest du mir eben ein Feuerzeug geben? Also... Sorry. Ja, Feuerzeug. Ja. Ich glaube, so viel können wir cheaten. Jetzt fangen wir schon wieder an zu cheaten. Finde ich auch nicht. Ich such mal Gravel. Ich such Gravel. Ja, und dann... Und Jan hat ein Eisen... Ja. Ich hatte jetzt keinen Bock, nach Hause zu gehen. Aber... Nee, ich finde, das muss nicht sein, das zu cheaten. So, warte, wie kommen wir jetzt hier mal hoch? Lü, lü, lü. Ich habe gerade Kohle gefunden. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich sehe einen Creeper und den würde ich jetzt gerade mal eben ausweichen. Schnapp den. Ah! Ich war gerade... Ich bin nicht an dieses Texture-Pack gewöhnt. Und da habe ich das... Den Zombie nicht als Zombie erkannt, sondern dachte, ah, okay, da ist was. Keine Ahnung, was das ist. Und dann... Also, Svex, Svex Pure BD Craft, das sieht einfach lustig aus. Ähm, ja. Da ist was... Mein Fehler. Ist nichts passiert. Kein... Kein Unfall oder so. So. Ich entferne jetzt erstmal hier eben die Erde mal. Die Drop-Rate von Flint ist aber auch niedriger geworden. Kann das sein? Weiß ich nicht. Mit einer Fortune-3-Schaufel kriegt man jedes Mal Flint. Hast du eine? Nein. Ich meine, wer enchanted schaufeln? Das ist eine gute Frage. Also, ich schaue... Ah, ich hoffe jetzt. Ich glaube, wenn man extrem viel Experience hat, kann man... noch eine Axt in Schand, aber eine Schaufel ist, irgendwie... Ich meine, ich weiß nicht, außer wenn man jetzt, äh, gerne Dreckhäuser baut. Au. So habe ich angefangen, Minecraft zu spielen. Mit Blockhäusern. Ja, klar, aber wenn man jetzt schon so weit ist, dass man viel enchanten kann, dann baut man keine Dreckhäuser mehr. Ne, definitiv nicht. Aber, na ja. Okay, ich bin jetzt auch nach Hause gegangen und wohl Flint. Ich hab schon Flint. Ach, ach. Das war jetzt geil. TP mich mal zu dir, bitte. Nö. Komm, da... Jo, danke. Du bist gerade auch zu uns TP'd, als, äh, als du... Ah, mein, es lauft doch eben schnell. Ist jetzt auch egal. Dankeschön. Ja, ist eben schnell gelaufen, also. Ja, ich bin gar nicht... Ich war extrem... Ich hab Feuerzeug, ich hab's schon. Achso, ich hab auch eins jetzt. Die sitzen jetzt hier auch so. Ja. Kann man lassen. Ja, wobei hier... Also, sieht das okay aus, so in den Ecken? Ja. Wie ich das jetzt gemacht habe? Guck mal von aus. Doch, ja. Ja, das sieht gut aus. So. Alter, ich liebe... Das ist mein neues Lieblings-Texture-Pax. Waxpio BD-Craft. Das ist so schön comic-haft. Warte, meine Eltern müssen wieder nerven. Brrrr, jo. Ich freu mich so. Das deine Eltern nerven? Nein, dass das Texture-Pax so schön ist. Außerdem hat er das grad nicht gesagt und nicht ich. Seine Eltern nerven, nicht meine. Oh. Also, ich finde die Idee, dass wir da Lava runterfließen lassen, irgendwie geil. Ja. Samt... Ja. Also, einfach ganz rumherum. Ich probier mal gerade was aus. Was denn? Hier überall, ähm, Feuer hinzutun, in, äh, zwischen jeder Säule. Okay. Ich wende mir gerade dabei, mal den Berg so, äh, gerade zu machen. Ja. So, dass man mit Lava runterfließt, dass das Lava aussieht. Sag mir mal, ob das scheiße aussieht. Ich finde das eigentlich schön, weil hier überall... Ich kann's gerade nicht, ich kann's leider gerade nicht sehen. Ähm, wo ist das hier? Wo, ähm... Partikaleffekte, alle. Okay, also hier ist nicht so viel Rauch. Nicht schlecht. Sieht sich okay aus? Läuft mit Feuer überall? Okay. Läuft. So. Hat jemand einen Eimer? Nein. Hör jetzt nicht auf, guck schon auf, Gott. Soll ich wieder nach Hause gehen und einmal holen? Ja. Du brauchst du nicht. Ja, ich will ja ein Lava weg. Lava, stimmt. Das war jetzt meine Idee. Ich geh jetzt nach Hause. So nottippe ist nämlich einfach wieder. Ähm, würde das irgendwie was ausmachen, wenn ich mal fünf Minuten weggehe? Nee. Okay, bis gleich. Jo. Tschö. Und da sind wir wieder alleine. Ganz alleine. Ja, ich könnte ja wieder dieses von Anfang auf Anfang machen. Ich such grad bei mir, ich hab einen Eimer, hab ich noch. Du kannst bei mir, ach nee, da kommst du ja nicht dran. Mein Thron ist sehr viel Eisen, das heißt, da können wir noch was machen. Ähm. Ähm. Soll ich ein bisschen, soll ich Musik mitbringen? Na, muss nicht sein, finde ich. So ein Plattenspieler. Nee, lass mal. Habe ich hier noch was? So. Was hast du gegen Plattenspieler? Nichts. Gegen Musik? Musik. Ich hab an sich überhaupt nichts gegen Musik. Im Gegenteil, ich liebe Musik. Aber nicht so die Minecraft, das ist komisch. Also das, weil ein Plattenspieler so läuft, das hört sich irgendwie komisch an. Ich hab. Ähm. Ah, okay, ich hab jetzt zwei Eimer, einen mit Wasser, einen mit Lava. Okay. Ich geb eben in den Nether. Jo. Füll den einen mit Lava auf und dann... Ähm. Ah, dauert jetzt ein bisschen. Jo.